ja schnell zu diesem ort machen wir auf jeden fall aber dann herzlich willkommen zurück zu let's play fuck why primal wir sind am start mit unserem freund takar der nächste teil dieser mega aufnahme ist ja schon entscheidet sich heute so müssen auf jeden fall zu dieser jäger jägerin dort sind in irgendeiner höhle gelandet die frage ist komme ich doch irgendwie auf anhieb raus hoffentlich ich muss gerade gucken ja kommen wir raus ja gut das ist egal wie soll für die junge damen etwas holen und mammut eigentlich für die geschöpfe seit einmal provoziert sie und dann haben wir ein problem wir sollten hier mal aus dieser schusslinie diese gleiche schusslinie raus suchen natürlich wir müssen natürlich wieder ein bisschen weiter farmen ja eigentlich brauchen wir mammut haut das ist klar aber das sind wir noch 500 schritte also wir haben noch ein ordentliches stück zu fuß zu gehen näher ging es leider nicht sorry liebe leute ich kann mich näher an diesen punkt dran ich hoffe dass wir jetzt ohne problem geradezu durchgehen können ja geradezu ich weiß dass wir kalt uns kalt ist ja ist klar jetzt haben wir nicht dass die alte da oben kommen wir da haben wir gar keinen weg wir kommen da müssen da hoch auf jeden fall da müssen wir hin so ist das problem ich finde das seltene dingsplatte ich bin ja komplett mitten auf dem dings wir könnten jetzt wirklich hochlaufen ich muss den weg zurück gelaufen weshalb ich muss den weg erstmal wieder finden so die frage ist wie müssen wir weiter also da in die richtung ok abhin so wir müssen mal unseren falschen anzünden damit es wieder dass es wieder warm wird das ist wieder ein bisschen unsere energie auf land aber das ist ein bisschen heiß gewesen heile güter mehr für sich und auch nicht da vorne ist irgendwo ein lagerfeuer moment lagerfeuer zünden bitte wir brauchen den punkt wir müssen uns wieder komplett wärmen das ist immer wichtig puh glück gehabt was machst du hier bist die heile gehen wir das fleisch so wieder geht die reise und so ist ja ich weiß dass da wieder irgendwie ein punkt war oder sowas aber wir müssen ja immer noch wir sind auf die richtigen richtung ok da ja irgendwie hoch jetzt gleich zumindest war das war jetzt hier finden wir einen sicheren wehpunkt ja ich weiß aufgabe abgebrochen ist mir klar ok wir müssen irgendwie da in die richtung die sitzt immer wieder oben ins unheimland so heißt die mission sammle das seltene nordgeblatt für seiler das das war mir klar dass das nicht das einfache ist Oua! Ein Checkpoint. Einige Frauen! Einige! 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 Hm. Mal chassar grau hast du da mal da Ja Ja Oh Tull Ouija Mal chassar Ouija So Warno Die haben seine Ausrüstung an sich genommen Ja welch eine Überraschung Du kannst dich später Nein Und du? Willkommen aus der Gefängniszelle Oh Willkommen Das ist eine Kletter Dings Kann ich dir nicht Schade Greifhagen Wir könnten da hochkommen Hopp So Nach vielen Anlaufen hat es mal endlich was gebracht Nach vielen Anlaufen hat es mal endlich was gebracht Nein Nein Verdammt So 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 Das Problem ist einfach wir müssen wieder rankringen So 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 Ja, ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung. Hab ihn. War ein kleiner Kiff dabei. Okay, gott sei Dank. Wir sind zumindest mal... ...aus der Zelle raus. Ich behaupte nicht, dass wir in Sicherheit sind. Glück doch. Aber wir müssen wieder raus. Okay, die sind da. Also müssen wir den tatsächlich takedown. Wahrscheinlich. So. Hab ihn. Wunderbar. Aus, was du gefunden. Und jetzt entkommen. Oder was? Erreichte den Ausgang. Wir müssen jetzt warten, bis wir wieder komplett warm sind. Gut, weiter geht's. Gut, weiter geht's. Okay. Jetzt hab ich dieses Video noch... ...und dann auch so. Nene, dick, 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 dick. Du musst sterben. Hm. Scheiße. Hm. Mal fücken. Du musst sterben. Du musst sterben. Du musst sterben. Wieder mal. Die scheiß Kälte, ne? Ich schwöre. Die scheiß Kälte, ne? ... ... ... ... ... Vielen Dank.